Hallo und Willkommen zu Folge 3 mit dem HerrDreamTags. Hallo. Ah, Runde 2 in Nuketown. Scheiße, Alter. So, Nummer 2. Ich schieße auf Entfernung mit Schrot. Wie bescheuert. Ich sterbe genauso wie vorher. Was habe ich denn falsch gemacht? Ja, mein erster Kill. Ja. Freudentanz. Und von hinten. Ey, diese Camper, die Nerven. Guck mal, der hockt einfach hinterm Schleifchen und wartet, bis es an den Weg kommt. Was? Achtung, feindlich ist ohne Lärz. Okay, also mit der Waffe komme ich definitiv nicht zurecht. Halt. Was? Ihre Klasse erinnert sich beim Wiedereintritt. Na gut. Hier fliegt gerade ein Typ rum irgendwo. Hallo, ich will sterben. Da bin ich jetzt ohne Lärz. Ah, direkt springt. Ja! Schockladung wenigstens zerstört. Ach gut. Jetzt bin ich wieder mit meiner Waffe hier unterwegs. Ich weiß, dass da einer ist. Komm her. Oh, doch nicht. Ach, geh mal lieber von mir. Man stirbt hier so exzessiv schnell. Alter. Die haben sich in einen Raum voll vermint. Vier Schockladungen oder sowas. Voll schwul. Alter. Was ist das hier? Achso, das ist einer von uns. Hallo. Zwei Kills in Newtown und dann der dritte hat mich erschossen. Wir sterben schon wieder gleichzeitig. Fällt dir das auf? Ja, ähm. Ja, ähm. Was haben wir in den Garten? Hä? Da hat gerade ein Bein durch die, durch die, äh, Wand gehongen. Da hab ich gedacht, den kann ich erschießen. Ist aber nicht so. Siehst du den da oben? Okay. Nee, aber wenigstens weiter ist er da. Nein! Ey, Mann. Ach, hätte ich noch bekommen. Aber ja, leider nicht so. Da kriegst du Aggressionen, ey. Ja, okay. Ähm. So. Ich glaube, wir haben sie jetzt gebrochen in diesem Haus. Weil wir sind im Anteil. Fuck. Nein, ich müsste nachladen. Nein! Ich gehe hier 6 zu 7. Stimmt gezahlt. Ich. Warum? Guck mal. Der schlechtere KD hält mich. Ich bin einfach aus. Ich weiß auch nicht. Patrouille! Hä, wo ist der? Die verschanzen sich in ihrem, in ihrem scheiß Haus. Hä, warum bin ich jetzt gestorben? Ach, warum bin ich jetzt? Die Sonne. Gott, wie schlecht war das denn? Hey. Wechsle das Magazin! So, ich mach mal einen auf Camper. Nein. Jo. Ich hasse es jeder. Grenade! Ah! Wenigstens ein Assist. Oh Mann! Aha! Jetzt hab ich ihn gekriegt. Nein! Ich bin nicht gestorben. Das ist doch unglaublich. Hey, hey. Ich hab 1,1,1. 1,1,1. gut so dafür dass die letzte folge 20 minuten als diese folge nur sechs minuten und wir sehen uns dann mal in der nächsten folge mal sehen wo und was uns da erwartet gott hey ho und willkommen zurück nach diesem video auf der endcard hier noch mal so ein kleines bisschen werbung für profit also für mich du kannst jetzt auf meinen youtube channel gehen und die weitere videos angucken oder mir auf twitter schreiben kritik und so eine ganze bullshit oder facebook natürlich auch vertreten was jetzt hier nicht eingeblendet ist es google plus aber der link ist unten und skype auch schau mal vorbei ich freue mich über den kommentar abo oder sonst irgendwas würde mich freuen und würde auch meinem kanal helfen wenn du und auch andere leute meinen meine videos weiterhin sehen wollen und ja vielleicht überlege ich auch mal irgendwie mal live stream zu machen oder auch nicht ich weiß es noch nicht gut stay tuned und wir sehen uns dann im nächsten video wenn du dabei bist und wir sehen uns dann im nächsten video Vielen Dank.